Paulina bestätigt ihrer Mutter am Telefon die Schwangerschaft. Doch so wie sie nun reagiert, damit haben die Influencerin und sogar ihr Boyfriend nicht gerechnet. Aktuell befinden sich die beiden im Ausland und auch viele andere Influencer teilen sich die Villa. Sie albern den ganzen Tag rum und dabei entstehen viele lustige Videos. Doch auf genau diesen Moment warten die Fans schon lange. Immerhin wollen sie endlich von ihrer Schwangerschaft erfahren. Dabei hat Paulina immer wieder betont, dass sie sich dabei Zeit lassen wollen. Noch ist es zu früh für ein Baby. Doch was, wenn es aus Versehen passiert? Genau dazu stiftet sie nun 24 Tim an. Denn beim Spiel Wahrheit oder Pflicht musste sie ihrer Mutter von der Schwangerschaft erzählen. Allerdings scheint die Mutter nicht ganz glücklich über diese Nachricht zu sein. Geschockt fragt sie auch, was wohl Tommy zu der Schwangerschaft sagt. Glücklich klingt anders. Hier hört euch das an. Paulina, du musst jetzt deine Mama anrufen und sagen, dass du schwanger bist. Ich bin jetzt irgendwie schwanger. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hi, wie geht's dir? Hi, gut. Und ihr? Ja, geht so. Ich weiß dann ehrlicherweise nicht so, was ich machen soll. Was ist denn? Ja, du weißt dann, dass ich die Pille abnehmen musste da wegen der OP und ja, ich bin jetzt irgendwie schwanger. Ich versprach nicht. Was sagt Tommy denn? Mama, das war so ein Scherz. Nein, wirklich nicht versprochen. Nein, 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 nein. Das war ja so. Ich hab's dir doch ähskt. Ich hab's dir doch extra gesagt. Da war's! Ich schluckst runter. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bis zum nächsten Mal.